Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, das heißt Entdecken, Lernen, Verstehen, Diskutieren und Wissen. Das sind die Merkmale der 51. gemeinsamen Jahrestagung von DGIN und ÖGIN vom 12. bis zum 14. Juni 2019 in Berlin. Die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin sowie die Österreichische Gesellschaft für Internistische und Allgemeine Intensivmedizin und Notfallmedizin laden ein. Drei Tage lang Präsentationen, Vorträge und Workshops für Ärzte, Pflegekräfte, Studenten und alle anderen Interessierten. Themen aus allen Fachgebieten, aktuell ausgewählt, spannend aufbereitet und verständlich vermittelt. Die Highlights sind die intensivmedizinische Versorgung in der Notaufnahme, dazu gehört zum Beispiel auch die extrakorporale Reanimation, also ECPR oder ECLS, dann die interprofessionelle Zusammenarbeit mit der Pflege und die Qualifikation der Mitarbeiter auf der Intensivstation. Die 51. gemeinsame Jahrestagung von DGIN und ÖGIN vom 12. bis zum 14. Juni 2019 in Berlin. Ich freue mich, Sie in Berlin zu begrüßen, mit Ihnen zu lernen, zu diskutieren, unseren Workshops und Seminaren, Veranstaltungen einen tollen Kongress zu erleben.